Man wird nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Und dann mach mal. Nein, du solltest ihn noch lautlos ausschalten, du Idiot. Was ist nur los mit dir? Versuchst du einen verdammten Elefanten umzulegen? Es ist Batman. Er ist hier. Er wird uns schnappen, Mann. Guck mal, jetzt sind sie wieder weg. So, das wollte ich nämlich machen und das wollte ich mit dem anderen auch so ähnlich machen eigentlich. Aber es hat nicht so richtig funktioniert, wie ich das gerne wollte. Guck mal, da ist auch noch irgendwie so ein... Aha. Durch Fenster springen? Ach, durch das Fenster. Können wir da nicht irgendwie? Ich würde da gerne durch eigentlich. Was ist das hier? Okay, man weiß es nicht. Ein Magnet offensichtlich. So wie diese anderen Dinger, die wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Ich nehme an, das hier ist verschlossen. Deswegen sollen wir durchs Fenster springen. Genau. Okay, dann springen wir mal durchs Fenster. Flup. Was haben wir hier? Erstmal gerade gar nichts. Hier ist noch so ein Harley-Gerät. Was? Bin beschäftigt? Durch die Tür können wir... Aha. Okay, ein Feuerlöscher. Hier kommen wir wahrscheinlich dann auch nicht. Doch, hier kommen wir durch. Moment, dann... Sie braucht Hilfe. Okay, das funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne noch mal kurz zurück. Kann ich aber nicht. Na gut, dann nicht. Hast du das Geräusch gehört, das die letzte Ärztin gemacht hat? Ich liebe es, wenn sie so sch... Fuck. Und tschüss. Einfach mal ganz fix die beiden Typen umgehauen, bevor sie überhaupt irgendwas sagen können. Was haben wir denn hier? Okay. Da ist ein Diplom von Harley. Und ein paar... kranke Fotos. Okay. Wie viel haben wir denn hier jetzt noch? Okay. Vier bewaffnete Gegner. Aber, dass Joker krank ist, scheint sie richtig mitzunehmen. Ha, er ist ruhig. Können wir den hier von oben gleich irgendwie hier so runterhängen lassen? Wie wäre es denn damit hängen? Müssen wir dafür erst mal so? Niemand kann so blöd sein, sich mit uns anzulegen. Hallo. Na, umgekehrtes Ausschalten. Flupp und weg. Oh, oh. Aha. Da ist auch noch einer. Ja, da oben ist eine. Wenn ich noch mehr von dem geschreihe, überknallst du dir die Birne weg. Jetzt ist es nervös. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da aufgekommen? Holt mich runter. Du bist hier, um dich zurecht. Schlecken dich. Na, ich glaube, ich haue dich mal gerade um. Fuck. Sonst stirbt die da. Was haben wir denn da? Ein Mitgliedler-Troß ist das stillgeworden. Kümmer die Popola. Oh, er geht nachsehen. Das ist nicht so geil. Ich würde hier gerne irgendwie weg, wenn es geht. Wo ist er? Da hinten ist er. Soll ich hier irgendwas holen, Doc? Vielleicht eine Schmerz da bin? Sag uns, wie wir den schon heilen können. Dann kannst du hier rauskriechen. Ist da hinten. Ich möchte wieder zu Summenpunkt hier. Von da können wir das nämlich... So, nehmen wir den da und dann umgekehrt das ausschalten, bitte. Einmal, flupp und weg ist er. Kommt der andere auch raus? Scheinbar nicht. Geh mal hier runter. Oh, so nicht. Vorsichtig. Das Fenster können wir den... Nein. Was haben wir denn da? Sehr gut. Oh, oh. Mach das leise. Sag uns, wie wir Jake heilen können. Das weiß die wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht geht das gar nicht. Vielleicht ist der unheilbar. Das habe ich nämlich... Also, ist ja irgendwo klar, oder? Machen wir das mal auf. Mach das doch nicht auf. Geh weg. Ich will hier raus. Alter, pass auf, dass du die Frau näher schießt. Können wir ihm nicht irgendwie auf die Fresse hauen? Wie zum Teufel. Wir haben diesen Nebel gemacht. Wieso haben wir keine Rauchgranaten? Ähm. Hallo. Hallo. Zack. Okay. War es nicht so glorreich, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber hey, wir müssen erst mal wieder reinkommen. Ordentlich. Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Diese Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Das Titan vielleicht aus dem letzten... Ah, okay. Titan. Titan. Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs. Und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entfischt. Oh. Wenigstens kommen Sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Naja, geht so. Warten Sie hier, Doktor. Ähm. Was zum Hänker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Was ist das für ein Gerät, was du da gebastelt hast? Distanz Stromladung. Okay. Gibt eine Stromladung ab, mittels derer sich Generatoren und Elektromagneten speisen lassen. Kann auf Gegner abgefeuert werden, um ihnen einen lokal begrenzten, nicht tödlichen Stromschlag zuzuführen. Können wir damit diese Geräte einschalten? Zufällig. Okay, wir haben quasi eine Knarre. Ähm. Huch. Hallo. Okay. Genau, die Dinger meinte ich nämlich. Was ist das da vorne? Man weiß es nicht. Ich möchte gerne wissen, was das da vorne ist. Ja, ja, ich weiß. Detektivmodus und so. Aber darum ging es mir gerade nicht. Was ist das da? Kann ich das irgendwie mit der Batclaw wieder aufmachen? Kann ich tatsächlich? Da ist ein Riddler-Trophäe drin. Oh, awesome. Können wir die mal... Kann ich die da irgendwie... Die hätte ich gerne. Flup. Achso. Können wir auch wieder direkt mit der Batclaw einfangen. Zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Mhm. Also jetzt können wir diese Dinger da andrücken, ja? Ähm. Okay, das macht es also auf. Ich check das noch nicht so hundertprozentig, aber passt schon. Flup. Und damit können wir das... Ah, okay. Ich würde trotzdem gerne nochmal in den Raum zurück, wo wir vorhin schon waren, bevor wir in den anderen Raum gegangen sind. Da war nämlich auch noch sowas. Oh, mach das mal leise auf. Ah, und leise. Das ist Selbstmord. Er macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Hallo. Okay. Dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schweres? Können wir da wieder doppelt? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genauso wenig wie euch. Wir haben nur eine Schaden. Oh, das ist mal so. Ich weiß, ich hätte das auch mit diesem komischen anderen ausschalten machen können, wollte ich aber nicht. Aua. Jetzt hau ihm eine runter. Wieder nicht. Doch. Ah, ich wollte gerade sagen. Zack. Und weg damit. So. Jetzt sind wir wieder in den Raum, wo wir vorher waren. Und das ist auch das, wo ich dann vorhin hingekommen wäre, wenn ich... Oder? Nein, ist es gar nicht. Was ist denn hier oben? Oh. Das ist doch eine... Ich weiß zufällig, dass die Roten müssten für Catwoman sein. Und ich nehme an, das hier ist eine aufsprengbare Wand. Sah schon so aus irgendwie. Ah, rums. Okay. Und noch ein Riddler-Trophäe. Zack. Meins. Gibt auch alles Erfahrung. Also, es ist nicht ganz sinnlos, dass wir das machen. So. Nehmen wir erstmal das wieder. Nehmen wir an, das brauchen wir gleich noch. Was haben wir denn hier? Und was haben wir überhaupt hier? Und wo bin ich jetzt? Und überhaupt. Komme ich da durch? Nein. Hier auch nicht. Was mache ich hier? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Einmal. Nein. Runter sollst du. Okay. Das ist die zugeschweißte Tür. Können wir da aufmachen? Damit die Frau rauskommt. Nein. Er geht einfach mal daneben. Okay. Also, er versucht es aufzubrechen. Das wollte ich sagen. Er geht daneben. Auch schön. So. Jetzt möchte ich gerne dieses Ding hier mal ausprobieren. Geht das nicht? Ich bin zu nah zum Feuern. Ich wurde zerquetscht. Was? Was? Bitte? Ähm. Okay. Mach mal da. Ne. Anziehen solltest du eigentlich. Mach das mal. Genau. Das war der Plan. Portugal 10 wird in neun Stunden geklaut. Naja. Sehr gut. Dann einmal. Mach auf. So. Ich nehme an, dass hier irgendwo noch eine Riddler-Trophäe ist oder sowas. Oder muss ich hier lang? Vielleicht muss ich auch hier lang? Man weiß es nicht. Öffnen. Öffnen. Huch. Ach hier. Aha. Da war ich doch eben schon, oder? Ne, doch nicht. Ja, das ist die andere Seite. Na gut. Okay. Ich dachte schon. So. Weiter geht's. So. Und jetzt nach... Will ich nach da oben? Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach hier oben will. Ich glaube, ich will nicht nach hier oben. Ich glaube, ich will hier lang. Ich glaube, ich will diese Tür am besten. Sind hier Leute? Nein, scheinbar nicht. Okay. Ich weiß jetzt auch, wo ich hin muss. Komm, wir müssen erstmal wieder hier raus. Und dann... Ach so. Ach so, ach, das waren die Dinger. Das kriege ich jetzt aber so nicht auf, ne? Scheinbar nicht. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir erstmal wieder hier durch. Und ich nehme an, dass ich hier jetzt dieses Ding aufkriege. Also entweder das... Da oben. Wie bist du aus der Schmelzkammer rausgekost? Zu langsam. Große, hässliche Bledermaus. Hä? Hey. Ähm. Kriegen wir das Ding auf? Tatsächlich. Äh, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich soll da oben hin, aber was ist hier? Wollen wir erstmal hier gucken? Ich meine... Oh. Was ist das? Hm. Oh, mach mal erstmal das auf. Ah. Ah, guck mal. Ein Rizzler-Trophäe. Das hier kriege ich jetzt... Hä? Nicht auf? Nein, das kriege ich nicht auf. Schade eigentlich. Hm. Dann gehen wir halt wieder. So. Oh, und wir haben noch einen Stufenaufstieg. Das heißt, wir könnten... Na, wir können vielleicht hier wieder irgendwas verbessern. Muss ich dieses Ding nehmen, damit ich hier noch andere Sachen kriege? Oder wie funktioniert das genau? Noch Spezialkombo, kritische Treffer. Ich glaube, ich werde mal hier diesen kritischen Trefferkram skillen. So. Da gibt es dann vielleicht auch wieder was Tolles Neues. Spezialkombo-Schub, das zum Beispiel. Hm, 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 hm. Das klingt gut. Okay. Dann nehme ich an, ich werde dieses hier benutzen müssen. Ne, davon wird der Haken weggestoßen. Das wollte ich nicht. Wir müssen das erstmal anziehen. Bums. So in der Art dachte ich mir das. Können wir das mal wieder da rausziehen. Zieh das Ding mal wieder da raus. Oh. Hihihihihi. Hihihi. Du kommst einfach so in Mr. Jase zu Hause und machst alles kaputt. Weißt du denn nicht, dass er krank ist? Hallo. Klettermacht um. Autsch. Okay. Äh. Ich will nur einen Arm. okay ich will nicht dass er mir zu nahe kommt muss ich ja sagen schnelldistanz stromladung lte ich nehme an dass ich das dafür brauche nein das wollte ich nicht das wollte ich nicht ich wollte das ausweichen machen eigentlich sind hier genau gehen wollte ich die prügeln sich gegenseitig um da was ist das da ist irgendwas irgendwas grünes auf dem boden können wir das nicht erst mal irgendwie nein das wollte ich nicht das war's ich weiß nicht was das da auf dem boden ist aber ich werde deine einzelnen ganzen raum verstreuen okay au ihn sehr gut ma'am ich schmerz habe doch was ist das da moment das ist irgendwie das ist da hingelegt es war aber keine absicht okay wir haben ihn gekillt und so schwer war es irgendwie nicht wie mir sofort aus dem weg ich habe es doch nicht wirklich droht das können wir nicht erzählen ja war doch klar bist auf den alten kranker joker witz reingefallen das sah nicht sehr gesund aus gut dann hat das kätzchen mehr zeit zum spielen und was jetzt helfe ich der großen starken sahne schnitte oder helfe ich mir selbst indem ich mir alles nehme was professor strange in seinem tresorraum hat ich weiß keine leichte wahl was hm was werde ich tun crocs suchen und dazu bringen ein loch in den tresorraum zu schlagen pinguin um etwas sprengstoff bitten nein zu stillos ich bevorzuge es solchen dingen eine weibliche note zu geben bleib wo du bist ivy ich komme dich jetzt holen ok ich muss meine sachen aus meinem appartement holen ohne meine sachen habe ich gegen ivy keine chance ohne sie wäre ich nackt ok wir sind jetzt also unterwegs hier mit catwoman gerade aber ich würde fast sagen ich werde mir das hier auf der karte angucken da hinten ist das da müssen wir also gleich hinkommen aber ich würde sagen das war es erstmal dieser ersten session denn das ist schon jetzt wir haben eine ganze weile was aufgenommen außerdem da unten sind noch ein paar leute ok und ja ich hoffe es hat euch gefallen so hier die ersten die erste session und würde einfach sagen danke fürs zu sehen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss und ausschließlich an diesen stellen zu sehen dafür auch das ist